Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um die Frage, wie können wir Menschen aus anderen Kulturen und Epochen verstehen. Eine dritte und letzte Folge. Hier geht es um den Philosophen Thomas Rentsch und seine Transzendental-Anthropologie. Die Antwort Schritt 1. Fremde Weltbilder können wir nicht nachvollziehen. Sehr allgemeine Strukturen des Menschseins dagegen schon. Ungefähr 2350 v. Chr. verfasst ein ägyptischer Beamter für seinen Sohn und Nachfolger Ratschläge. Er schreibt, Gebrechlichkeit ist über mich gekommen, das Greisenalter ist eingetreten. Später, Beginn der Formulierungen, die verfasst hat, Tahutep der Ältere. Er spricht zu seinem Sohn, Tahutep, dem Jüngeren. Die Ma'at leuchtet, ihre Wirksamkeit dauert an, immer wird der bestraft, der ihre Gesetze übertritt. Das Vorzimmer hat seine feste Ordnung. Gott, das heißt der König, ist es, der die Platzierung verbessert, der den Platz verrückt. Aber nicht wird man vorangebracht, wenn man seine Ellbogen gebraucht. Wer Ma'at tut, ist frei von Unrecht. Vorteilhaft ist das Hören für einen Sohn, der hört, denn das Hören dringt ein in den Hörer. Und so wird aus dem Hörer ein Gehorsamer. Blau, das können wir nicht verstehen, das ist uns zu fremd. Grün, das können wir nachvollziehen. Schritt 2, Thomas Rentschs Transzendentalanthropologie. Es gibt allgemeine Strukturen des Menschseins. Daher können Menschen einander über Kulturen und Epochen hinweg nachvollziehen. Rentsch nennt einmal elf solcher Strukturen. Wir leben stets eingebunden in bestimmten Situationen. Situationalität wird es genannt. Wir sind uns unserer selbst bewusst. Unser Verhältnis zur Welt und zu uns selbst ist immer kommunikativ und sprachlich. Wir können das Faktische der Situation, der Wirklichkeit nicht verlassen. Im Faktischen unserer Situation liegen lauter Möglichkeiten. Also Potentialität ist immer dabei. Wir müssen immer irgendwo sein. Wir können nicht an zwei Stellen zugleich sein. Das ist die Räumlichkeit. Unsere Lebensform ist zeitlich, daher auch endgültig. Wir können schuldig werden aneinander, Temporalität. Wir sind wir selbst nur durch andere. Ganz wichtig, die Sozialität. Wir können einsam sein, nur weil wir soziale Wesen sind. Unsere Existenz ist durch und durch leiblich. Unsere Existenz ist aber auch immer eingelassen in Natur. Transzendental sind diese Bedingungen, die in aller menschlichen Existenz Bedeutungen schon vorzeichnen. Vorzeichnen, zum Beispiel im Falle der Temporalität, die Endlichkeit existiert. Für uns Menschen gibt es ein zu spät. Wären wir unendlich lebende Wesen, gäbe es nie ein zu spät. Jetzt habe ich die elf transzendentalen Strukturen mal neben den Text geschrieben. Wir schauen uns mal an, was wir mit dem Text da herausfinden können. Gebrechlichkeit ist über mich gekommen. Das Kreisenalter ist eingetreten. Wir sind immer in einer Situation. Wir können da nie hinaus. Ein Selbstverhältnis zeichnet uns aus. Dass wir spüren, jetzt ist es so mit mir, was muss ich jetzt tun? Und natürlich auch die Leiblichkeit. Wir sind als leibliche Wesen in der Zeit. Dann Ptauotep, der Ältere. Er spricht zu seinem Sohn, Ptauotep, dem Jüngeren. Es geht hier immer um Sprachlichkeit, die uns Menschen auszeichnet. Und natürlich auch die Hoffnung dieses Älteren, dass der Jüngere daraus lernen wird. Also das Kreisenalter ist da, aber eine bestimmte Potenzialität ist doch immer da in der Situation. Dann diese Sache mit dem Vorzimmer hat seine feste Ordnung. Also es geht um Aufstieg der Beamten am Hofe. Und da sieht man die Sozialität. Wir sind immer nur durch andere im Verhältnis zu anderen. Wir sind immer eingebunden in Sozialität. Aber auch die Faktizität. Wir sind immer an einem Platz. Wenn wir uns auch wünschen, vielleicht vorzurücken. Faktizität, die Potenzialität, die Sozialität. Und ich möchte das jetzt noch an einem weiteren Text aus dem Alchinesischen verdeutlichen, was diese Transzendentalen Strukturen vermögen. Von Konfuzius, dessen Text ist also 2000 Jahre jünger, aber trotzdem noch 2500 Jahre alt. Der Meister sprach, die Alten, nämlich das sind die tugendhaften Weisen der alten Zeit, um die es ständig geht, die sparten ihre Worte, denn sie schämten sich mit ihrem Betragen hinter ihren Worten zurückzubleiben. Nehmen wir wieder diese elf Strukturen und schauen uns an, die Alten, die Weisen schämten sich. Das heißt, da ist wieder das Selbstverhältnis zu beobachten. Sie sparten ihre Worte, sie wollten nicht hinter ihren Worten zurückbleiben. Auch hier wieder, alles ist Kommunikation, es gibt keine Nicht-Kommunikation. Sozialität, die Alten sparten ihre Worte, denn sie schämten sich mit ihrem Betragen hinter ihren Worten zurückzubleiben. Sie wissen, sie werden an ihren Worten gemessen, sie sind nur das, was die anderen von ihnen auch sehen. Zu Take-home-Message. Was würde uns Thomas Rentsch raten, wenn ihr Menschen aus anderen Kulturen oder Epochen begegnet? Sucht mal, nicht darauf zu achten, was euch fremd bleibt. Das ist ja hier immer blau unterlegt. Religionen, Sitten, Gebräuche, Vorstellungen von richtig und falsch, von erlaubt und tabu. Das ist uns alles fremd. Sondern versucht mal, in der Begegnung jene allgemeinen Bedingungen des Menschseins zu erfahren, die euch mit Menschen aus anderen Kulturen und Epochen verbinden, weil sie uns Menschen eben immer gemeinsam sind. Zum Beispiel unser Verhältnis zur Welt und zu uns selbst ist immer irgendwie sprachlich strukturiert. Dann im Faktischen unserer Situation liegen lauter Möglichkeiten. Auch das zeichnet alle Menschen aus. Oder wir sind wir selbst nur durch andere, die Sozialität oder unsere Lebensform ist zeitlich. Daher ist manches auch zu spät. Und wir können aneinander schuldig werden, ohne es wieder gut machen zu können, die Temporalität. Wie können wir Menschen aus anderen Kulturen und Epochen verstehen? Eine dritte Folge behandelte die Transzendentale Anthropologie von Thomas Rentsch. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.